So meine Freunde und Willkommen zurück zu Super Mario 3D World. Wir sind hier stehen, mein Lieben, bei Welt Nummer 6. Ich glaub schon. Und wir haben erstmal Toydys. Nein, solche lustigen Wortspiele machen wir natürlich nicht, weil das sogar kindisch ist. Wir sind sogar in Welt 5. Nur, pfff. Face Bomb of Doom. Nein, natürlich nicht. Wir werden nochmal das Level gestarten in Welt 5. Das haben wir noch nicht ganz zu Ende gebracht. Wir haben nur eine einzige Star Coin geholt. Green, Star, what you are, whatever. Wir machen jetzt weiter mit Peach. Denn Peach ist es gewohnt, hier bei Bowser einzudringen in die Kastel. Lalalalalala, Raketen können mir gar nichts. Ich kenn das alles schon. Ja, sie, ja. Was soll man großartig sagen? Sie hat einen dicken Hintern mit dem Outfit. Sehe ich in den Fummel dick aus? Ja, du hast echt ein gebärfreudiges Becken, Peach. Ganz ehrlich, also, du hast echt einen fetten Arsch. Oh, cool. Oh, cool, nehm ich mit. Warum? Keine Ahnung. Ich nehm's einfach mit, weil ich's kann. Das Trampi braucht man bestimmt für irgendwas. Für irgendwas braucht man's bestimmt. Vielleicht muss ich dir noch kappen, pff. Chill mal dein Leben. Vielleicht muss ich für irgendwas... Scheiße. 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 Ah! Ich hab mir das Gefühl, dass ich den hier hinten... Sei lieb zu mir. Danke. Wenn ich irgendwas hier brauche. Aber hier ist ab und zu... Hier ist gar nichts. Mega Jump, ey. Okay, jetzt hab ich zwei Trampolinen. Was bringt mir das? Kann ich das ein auf den einen packen? Kann ich nicht. Schade. Was bringt mir die Trampolini hier in diesem Level? Ich hab den Green Star, was wollt du an die Katze, ich renne, ich renne, ich renne, mein Hinterteil. Ist gleich im Arsch, mein Hinterteil ist gleich im Arsch, genau. Bämst, hack mich. Pfff, oh Gott. Voll heuristic here, wey, wey, ich hab's geschafft, weil ich der Beste bin und, ja, Mitte. Pff, chill ich, man nimmt, dann ist das da wieder gar nicht so schwer, ey. Bäm, alle hochgejumpt, noch mehr Bowser's Sharegen, ihr könnt mich alle wünschen, weil, keine Ahnung, warum. Scheiße, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr, ich bin, wow, ich bin hässlich jetzt, ich hab jetzt mein hässliches Kleid nur noch an. So, jetzt, hallo. Das ist geil. Das Level macht echt ultra Spaß, ey. Peach steht doch auf dem Scheibenwäffer, weil ich zu stehen, besonders von Mario. Deswegen, sie ist ja, wow, oh Gott, wie hab ich das überlebt, wie hab ich das überlebt, ey, scheiße, Leute, wie hab ich das gemacht? So, jetzt muss ich die irgendwie hier hinlenken. Dagegen, bitte. Scheiße, wie geht das jetzt am besten? Fliegt mal hier. Hier. Dagegen. Scheiße. Ich bin klein. Ich hab'n klein. Peach hat'n klein. Was passiert, wenn der hier kaputt geht? Scheiße. 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 Oh Gott. Oh Mann, die treffen die einfach alle nicht, ne? Hoch da. Oh Gott. Oh Mann. This is ridiculous. So, hier rauf jetzt. Komm schon. Yes. Scheiße, ich hab'n nur einen getroffen. Damn it. Oh Gott, das wird jetzt schwer. Komm schon. Jump. Puh. Tschüss. 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 Jetzt kommt. Oh Gott. Ja. Nein. Ja. Wohoo. Nein. Uhuhuhu. Scheiße. Muss ich schaffen. Muss ich schaffen. Muss ich schaffen. Nicht haben. Nicht haben. Oh Gott. Peach. Peach. Nein. Komm. Schon. Du. Ist doch goldene Flagge. Goldene Flagge. Goldene Flagge. Goldene Flagge. Und jeder küsst dir die Füße. Komm, das kriegst du hin. Yes. Boom. Was ist da los ey. Ich bin der Beste. Es gab so ne geile. Es gibt ein geiles Video im Internet. Da müsste ich mal gucken. Das heißt glaube ich. Murat hat gewonnen oder so. Der ist da so bei SPA Explosiv. Dacht so. Ja hallo. Sie haben gewonnen. Er sagte so. Verdammt nochmal. Ich bin der Beste. Dann gab's. War so ein Clip auf Facebook oder so. Gieß bestimmt auch auf YouTube. Such das einfach mal. Ich hab mich kaputt gelacht dabei. Pfff. Ich kann mir das immer wieder angucken. Es gibt solche Videos. Die kann ich mir immer wieder angucken. Um gute Laune zu bekommen. Und ja. Vielleicht hab das ja auch. Weiß ich ja nicht. Vielleicht irgendwie so ein Video. Wo so ein kleiner. Äh. Baby. Koala so ist und so macht. Ne. Sowas jetzt wahrscheinlich nicht. Aber. Irgendwann weiß ich was ich meine. Und das sieht aus wie Geister. So ein bisschen. Weil da kommen so Geister aus. Oder sind das Blubbelblasen. So Blubbelblasen glaube ich. Äh. König. Klongs. Kastell. Okay. Gehen wir mal in die Kastell rein. Nicht das Kaste sondern das Kastell. Und ich hab meinen Dings denn gar nicht angemacht. Hier. Meinen Timer. Baby Peach. Sweet. Musik ist geil. Was ist das? Bin ich im Hundezwinger oder was? Ach. Kein Ding für einen King. Komm schon. Oh ja. Peach wird gerne so geknallt. Und rennen. Oh Gott. Kein Ding ey. Das sieht nur schwer aus. Ist es bestimmt nicht. Ist irgendwas geiles? Du Armpelz. Yeah. Ist da irgendwas? Absolutely nothing. Und bäms. Und bäms. Und bäms. Und. Arschbombe. Ich bin da voll gegen sein Ding gesprungen. Gegen sein Ding. Yeah. Gegen sein Ding. Weil das gedingselt hat. Der rotiert da ganz lustig rum. Weil das kann. Ah ja. Kannst. Weil das kann. Und da hoch. Yeah. Kannst. Fallteil. Und gejumped. Yeah. Wunderschön. Und oh. Greens da wieder. Ich hasse. Ich hasse dieses. Ich hasse es ja so. Grüne Stern zusammen. Ich hasse es wirklich. Weil ich krieg's nie hin. Weil es immer so schwer macht, dass ich es nicht bekomme. Ich bin einfach so tief auf der Flo. Die Hälfte haben wir schon mal. Sehr schön. Die erste Greens davon haben wir. NEXT! Voller Smash, alter. Fuckin' Smash. Voll geil, alter. Wow! Gut gejumped, ey. Geil. Und die fallen jetzt einfach runter so. Ist auch nicht schlecht, die Idee. Noch ein Pilz für mich. Pilze, ich nehme mal alles mit. Okay, da kommt da wieder raus. Oh, das ist gut. Green Star. Scheiß, das ist ein Green Star. Kommt der wieder? Eine ganz doofe Frage, Mann. Wollte ich mich bee... Ah, der kommt wieder. Chillig. Haha. Was wollt ihr tun? Ich hab grad gedacht, ich muss mit meinem Leben springen, um ihn zu bekommen. WAH! NEIN! Die Aufnahme läuft noch! Woooo! Geht ab, ne? Geht ab, ne? Was geht ab? Oh man, Leute. Ich wüsste gar nicht, wie down ich war, als ich gesehen hab, dass die Aufnahme nicht gelaufen hat! Zu gut! Scheiße! Als ich gesehen hab, dass die Aufnahme nicht mehr lief. Ähm. Da war ich echt ein bisschen fertig mit den Nerven und alles, weil... So eine Aufnahme ist immer was besonderes, weil... Keine Ahnung. Weil... Au! Sowas bring ich... Jetzt bring ich mal erstmal! Scheiße. Keine Ahnung. Ich find so ein... First... Ähm... Look on the world ist immer was besonderes. Und... Ja. Das hat mich ein bisschen aufgeregt, dass ihr da grad bei so einem fantastischen Level das nicht gesehen habt, aber... Ihr seht ja, dieses Spiel hat so viel fantastische Level da... Ist es okay! Wenn man... Oh! No! Da ist es okay, wenn man das auch mal nicht sieht. Ganz schittig... Hier... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Jetzt bin ich dagegen gelaufen, ey. Das geht ja auch. Das ist ja okay. Cat Mario! Cat Peach! Peek the Peach! Wer meint? Aber was willst du zu tun? Und jetzt komm! Run, 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 run! Und jump! Ich wollte eigentlich da durchspringen, so wie Katze. So wie eine Katze eigentlich. Das macht... Aber nein! 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 Das darfst. Klatschte. Ein paar Münzen noch einen gesagt. Wunderbar. So läuft das hier im Norden. Und gejumpt. Ja. Und nochmal gejumpt. Ist eigentlich voll easy peasy, wenn man es kann, ne? Wenn man es kann. Moment. Kommt hier vielleicht auch einer mit Starcoin raus? Ne. Leider nicht. Okay. Dann war's das wahrscheinlich auch, ne? Ja. Aha! Oh, ist das mies, ey. Stempel hab ich auch noch nicht, ne? Von daher egal. Wie ist das Boss-Action? Ja. Boss-Action. Wer bist du denn? Krabbschi, der Krabbler? Krabbschi, der Krabbler? Krabbschi! 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 Oh Gott! Was bist du für einer? Hallo, Krabbschi! Fällst du hin, dann muss ich dir aufm Arsch ballern? Ja. Aber so innovativ, das glaub ich ja gar nicht. Hallo, Krabbschi! Kippst du jetzt zu der Seite? Ne. Doch. Klasse. Er sieht echt geil aus. Aber irgendwie taubt er es nicht. So. Krabbschi, fall hin. Skippt er sich dahin. UAH! UAHUHHUHUUUHUHUH слов nu! Scheiße, das war knapp! Scheiße, mein Time-on-iend ist weg! Er läuft noch weiter, alles klar! Oh Gott. Scheiße! Was war das? Das war cool. Irgendwie doch, ey. Man hätte das Spiel verkleinert machen müssen, also dass es nur vier Blöcke sind oder so, dann wäre das schwer gewesen. Aber so ging es eigentlich, weil man hatte ja genug Platz, um wegzulaufen. Go und ne Flagge! Und wir haben die Navi aus der Flasche befreit. Wischiwaschi, Wischiwaschi! Aufnahme läuft noch! Ich bin so glücklich drüber, ey. Das ist jetzt aber eine Reaktion von mir. Ich muss jetzt immer hingucken, weil das hat mich gerade so ein bisschen enttäuscht. Klasse! Klasse! Cooles Level. Geht das schon in Welt 6, würde ich sagen, wa? In Welt 6 hat man Sex! Oh, ein würstiges Wort. Oh, ich hab Schluckhafen. Ich hab Schluckhafen. Äh, ja. Wir haben eine Röhre. Wir haben eine durchsichtige. Ja. Es geht in den Himmel. Die Hände zum Himmel. 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 Himmel ist richtig. Himmel. Genau. Nicht Himmel, sondern zum Himmel. Und wir rennen dahin mit unserer Peach. Ne Wolkenwelt. Hilfe, Hilfe, ich hab ne schlechte Frisur. Los, bring mich zum Friseur. Alles klar. Kein Denkwinn King. Machen wir. Boah, das ist geil. Die Musik ist so episch. Reise per Glas. Glas? Oh, was? Ja, ich schlafe gleich ein. Ich sollte eigentlich hier wach sein wie nichts, ey. Aber ich bin so müde. Glaubt ihr gar nicht. Und ich drehe hier mal ne Runde. Ja, ich brüll hier rum und alles. Na, ich bin am Schlafen fast, ey. Ja. Ich kann's selber nicht fassen. Okay, jetzt muss ich die richtige Reihenfolge machen, oder wie sieht das aus? Ja. Natürlich. Bitte. Zack. 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 Und so ist das schon, ne? Easy peasy. Easy würde ich sagen, meine Freunde. Haben wir locker easy geschafft, oder? Erste Green Star. Bams, Alter. Finde ich aber gut so. Try and Arrows. Wenn das schwerer wird. Wenn es schwerer wird. Wo kann man noch abschätzen, wo man hin muss. Und klatsch. Ist da oben was? Ne, ich denke nicht. Wow. Dämlicher Spacko. Dämlicher Spacko war 2. Was soll das? Was soll das? Ich hab doch gar nichts getan. Ich war voll lieb und so. Das war nicht richtig und ich werde dich jetzt so was vor und umlegen, was du es gar nicht glaubst. Ich kann super singen, oder? Ich bin 1,1 Asien Talent. Yeah. So, du bist kaputt. Was? Beeil dich, Mario. Ähm, pfff. Ich bin nicht Mario. Ich hab keinen Bart. Ich bin nicht dick und ich hab nen dicken Kopf. Das, was Mario am Bauch hat, hat er am Kopf. Er hat's im Köpfchen. Ist da oben gegen was? Eigentlich nicht, ne? Voll geil. Wir brauchen schon die Röhre. Komm, wir gehen mal da rein. Trotzdem mal. Ja, genau. Verarsch mich doch. Geil. Und die Röhre da, wo man da reingeht, dann ist man auch gestorben. So, ne? Warum gibt's Zeit? Egal. Brauchen wir nicht. Wups. Und hoch da. Ist eigentlich voll leicht, ne? Geh eigentlich voll leicht ab, ey. Schon zweite Green Star. Schon 2T Green Star. Oh, schon den zweiten Münster. Schon den zweiten, sagen wir mal so, ne? Wollen wir mal deutsch korrekt bleiben, ne? Und bams. Poff. Danke. Pfff. Super. Gibt's noch irgendwas? Ich weiß noch, ey. Bei dieser Musik hab ich doch mal so... Pfff. 3D World Lied gesungen. Ich hab gedacht, da wär was, aber da ist gar nichts. NEIN! Oh, Joga. Schnell wird. Oh Gott. Nicht da ruhig. Ich muss hier durch. Schnell, 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 bevor die Fuzzis kommen. Huhu. Da ist wohl was. Block. Are you fucking kidding me, man? Oh, Mann. What the fuck, ey. What does the fuck say? Kannst du da durchspannen auch noch? Schieß mal da durch. Ist ja geil, der kann das echt. Oh, sweet, ey. Hinterher, schnell! Woooo! Nobody catch me! Boom! Ganz knapp pass. Okay, was haben wir denn die Rennpassage? Woah! Woah! Schnell, schnell, schnell! Fress, 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 fress! Schluck! Es und verges! Es und verges! Es und verges! Yeah! Ich hab den Greenster gephrasen! Gephrasen! Wo ist meine Pflanze? Sie ist weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 3D World! Ah, hier gibt's wieder das Puzzle-Spiel, was ich so geliebt habe in Welt 5.1. Find ich gut, dass es sie wieder gibt, aber das ist lame. Ich fand das bei 5.1 viel geiler als hier. Hier muss man alles einzeln, damit man weiterkommt. Das ist lame. Der hätten sie auch machen können. Öhh, keine Ahnung. Woosch nein! Nein, 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 nein! Pfff. Puh, das ist noch ein toddy, da muss ich ihn abfangen. Bam! Bam! Was macht der da drinne? Der chillt sein Leben, ey. Kriegt den da raus. Ich muss ihn auch von verfolgen. Wofür haben sie auch hier raus? Weiß ich's nicht, was bringt mir der Tot? Ein Stempel vielleicht? Ich kann mich irgendwie drehen auch. Hallo, hallo. Sweet. Hoch und raus, da. Plupp. Gut, Leute, damit banden wir auch heute den Part. Ich hoffe, der Part hat euch trotzdem irgendwie ge... Nein, der Part hat euch gefallen. Der Part hat euch zugefallen haben. Von daher haut rein, meine Freunde, bis in den nächsten Mal. Ciao, euer Zero over now. Kommentare, Likes, alles gewünscht. Alle Kommentare und Likes, wo der Daumen hoch ist. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, euer Zero.